Geh's an. Okay, da kommt ein Fahrstuhl von oben. Oh, da will ich hin. Aber komm ich da hin? Das ist eine Frage. Ernsthaft? Das dumme Skelett ist nicht fest genug dafür? Aber wie soll ich denn da hinkommen, wenn das nicht hinhaut? Auch nicht. Vielleicht soll ich die beiden Dinger einfach da stehen lassen. Oder? Ich weiß nicht. Nein! Schickt den Gorok. Aber mein Lord, die Arena-Absperrung, sie wurden noch nicht getestet. Öffnet das Gorok-Tor. Sofort! Wir haben heute Nacht. Setz diese Runde ruhig aus, General. Weiter macht. Ich wusste, dass du lebst. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Woher kriegt man so ein Vieh und wie kommt es da hin und... Waaah? Bitte sag, dass du noch denselben Chrom-Kanal verwendest. Ich höre euch! Du kommst gerade rechts. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Eine Zeit, General! Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber es ist groß. Du bist beobachtet für ein Ding. Und wie kann ich es finden? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst. Dann hoppen wir doch einfach mal. Ich kann es. Okay. Das war schon mal ansatzweise... Okay, ich brauche mehr Platz zum Ausweichen. Verdammt. Weg! 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 Ich muss irgendwie an die verdammten Handschellen rankommen, aber wie? Ich verfolge den Baron, der ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Ich verfolge den Baron, der ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Wie soll ich das Ding denn verletzen? Ich versuche, diese Handfeste aufzuladen. Er verdämmt ihm einen ordentlichen Schatz. Autsch! Das wäre vielleicht meine Chance gewesen. Äh, ja. Hat das irgendwas gebracht? Nein, noch immer nicht. Verdammt. Verdammt. Ja, ich gehe ja schon zurück. Wenn ich das mal hinkriege, dass er irgendwo raufhaut, ohne dass ich gleich kaputt bin, dann dann... vielleicht. Ja, ich bin doch schon dran, alter Mann! Weg mit dir, du verdammte Hand! Weg mit dir, du verdammte Hand! Weg mit dir, du verdammte Hand! Geh weg! Wow, 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 wow! Okay. Ich muss ihn doch erstmal... Junge, was meinst du denn, was ich hier versuche? Zu tanzen? Es hieß doch nur, ich soll ihn schocken, oder? Äh, soviel zu dem Schock. Au! Vor allem bin ich gleich wirklich im Arsch. Nein, verdammt! Fesseln angegriffen und jetzt bin ich dabei, das Ding zurückzuhauen. Aber weißt du, ein bisschen Machtenergie wäre gerade... Also nicht Macht, Lebensenergie wäre super. Super! Ah, scheiße! B! B! Und X! Und B! Noch nö! Ja, diese Attacke bringt mich immer jedes Mal ein bisschen aus dem Konzept. Ich hoffe, das mit dem Schock war ernst gemeint, weil sonst wäre das gleich ziemlich dämlich, was ich hier die ganze Zeit versuche. Also... Jumadobadu! Jumadobadu! Mist! Ich flinste ohne gerade ganz schön daneben. Ja, wenn's geht... Sofort! ... B... B... Da gab's irgendwann mal so ein Kanon. Den haben wir im Musikunterricht gesungen. Das waren noch Zeiten. Aber ich werde ihn jetzt lieber nicht vorführen. Aua, Mist. Hey, aber ich habe das Gefühl, es würde besser laufen als letztes Mal. Los, Großer, gib mir deine Hand. Na, bitte. Und rauf und Blitz und Bang. Das wird voll der B-Movie heute. Zu doof, dass man hier nur mit Button-Mashen weiterkommt. So, wie war das jetzt nochmal? Ach ja, genau. Ausweichen und dann Headbutt. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das Ding blocken soll. Ah ja. So, jetzt aber. Los, du Vieh. Geh endlich drauf. Satz mit X. War wohl nix. Das A und O. Vorhanden ist Omega, was in jedem Anwalt als Playtitel vorhanden ist. Wuii. X. Y. Sinonnnnnnnnnnnn Wieso nur habe ich das dumme Gefühl? Das war es immer noch nicht. Wir müssen es außer Gefecht setzen. Hahaha, wie? Das ist eine rechliche Stadt. Sieh mal, was du mit dem Pfeiler machen kannst. Aber das würde hier doch alles einschnürzen. Hast du eine bessere Idee? Moment nicht. Okay, Pfeiler vernichten. Keine Ahnung. Leute. Wo bin ich eigentlich? Ach, da bin ich. Na, was denn jetzt? Scheialle buff. Autsch. So viel habe ich leider nicht drauf. Ja, genau. Wieder mitten in die Fresse. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich machen soll? Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwann mal irgendwas passiert. Okay, irgendwas scheint funktioniert zu haben, aber... Autsch. Wahrscheinlich komme ich nur mit einer seiner Hände da hoch. Nein, komme ich auch nicht. Warte mal kurz. Ich werde mal irgendwie mein Lebensenergie-Tristall einschalten, weil... Aktuell bringt mir das recht wenig, wenn ich hier dabei draufgehe. Oh Mann, oh, so viel dazu. Los, du Vieh, sag mir, wie ich mich am besten gegen dich wehre. Indem ich deinen Händen ausweiche. So viel kann ich ihm gar nicht zeigen, Junge. Ich versuche einfach mal, den so hinzukriegen, dass er hier möglichst viel Zeug kaputt haut. Und da möglichst wenig von mir kaputt haut. Das scheint zu funktionieren. Ihr müsst euch jetzt hier melden, ne? Ihr, gerade ihr müsst euch jetzt melden. Ich weiß, sehr planloses Verhalten, aber was willst du sonst machen? Na, endlich. Erstmal schnell hier unten gucken. Gibt es hier unten irgendwie noch was? Nö. Dann versuche ich mal hier raufzukommen und zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Und den ganzen Turm voll zurück. Das war eine äußerst bescheuerte Idee, wie mir scheint. Okay, jetzt hat er die Antenne in der Hand. Super. Nächste Antenne. Stellt euch mal vor, welchen Spaß das auch schwer gemacht hat. Mitunter baldnichten irgendwann mal vielleicht. Okay, offenbar lässt er sich nicht sonderlich von... Ah doch, er lässt sich davon beeindrucken. Sehr schön. Das hätte ich mal gleich machen sollen. Ich Idiot. Ja, auf den letzten Moment quasi die Challenge vereinfacht. Boah. Hör auf zu labern. Erstmal ihn ausschalten, dann könntest du weiterreden. Komm schon und... Ja! Oder nein? Ich will nicht mehr. Ja! Schon Phase 3 des Kampfes. Was kann das sein? Und es geht immer, immer weiter. Und es geht immer. Wir bringen die Machtschübe gerade nicht wirklich irgendwelchen Abzug. Meine Güte, ja doch. Wie soll ich mich denn noch beeilen? Sag mir das mal. Ich beeile mich doch schon. Ich kämpfe nur seit einer Stunde gegen das Vieh oder so. Nieder, du Getier! Na komm, noch ein drittes Mal, dann haben wir ihn hoffentlich endlich. Du tust ja fast so, als würde ich mich anstellen, wie überhaupt, als würde ich dir gar nicht helfen. Ich helfe dir doch. Es bleibt nicht mehr viel Takt. Komm, jetzt aber. Und... Hast du dir endlich schon mal Gedanken über die Landung gemacht? Offenbar nicht. Ich helfe dir nicht. Du warst nicht zufällig einen Ausweg, oder? So weit hatte ich nicht vorausgedacht. Hoffentlich erreicht sie uns rechtzeitig.